Solaranlage montieren, aber der Sparren fehlt. Drafi zeigt dir, was du tun kannst. So, wir haben hier ein Board von K2. Das benutzen wir, wenn wir, sag ich mal, Haken setzen wollen, wo kein Sparren ist. Genau hier brauche ich ein Sparren. Wir haben hier eine Konterlattung, aber hier fehlt unser Sparren generell. Also wir haben hier keine Möglichkeit, den Haken zu setzen. Jetzt kommt unser Board von K2 nämlich ins Spiel. Dann kann ich sagen, ich setze das Board rein, ich schraube, ich habe mit dem 8er Bohrer zwei Löcher gebaut. Ich kann jetzt rechts und links auf den Sparren jeweils verschrauben. Und dadurch ist das Board fest und ich kann die Haken setzen, wo ich will, obwohl wir keine Konterlattung schräg schräg Sparren haben. Und deswegen, genau, das ist super Hilfsmittel von K2. Und das heißt, dann ist er nachher schon fest, oder nicht? Genau, also jetzt kommen hier zwei Schrauben rein, das Board ist fest und wir können den Haken setzen, wo wir wollen.